Diesmal war das eine sanfte Landung Wortkiste Nimm ich Schrotpflanze Warte, da gab es nichts mehr Du bist schon oben am wüten Hier kannst du eine Munition auffällen So, gibt es da so eine Station Direkt Von 30 auf 210 So So Gab es da eine rote Kiste da hinten Oh, ganz Oh, da habe ich geschnitten Kannst du haben, ich habe schon eine Du hast aber eine Zweier gehabt, ne Zack Aktionskiste Das ist auch schon ein Rauch Wer war das? Ich nicht Da ist einer Zwei, zwei sind das Schöri Einen habe ich Einen habe ich Der haut ab, ne? Ne Da, wir haben das Team eliminiert Stimmt, mehr kann er Cool Testungen lokalisiert Die Ziele sind auf der Taktikkarte markiert Eliminiert Scharfschütze Ah, Kohleklauen Plattenklauen Oh, nein, 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 nein Der Sack, da Da, da hinten sind die Warte An der Kastorf Aber die werden immer besser unterwegs Cool Das Team hat es in die Sicherheitszone geschafft Oh, ganache ok meinst du das ist jetzt weg der typ? gehen wir mal hier gucken hier gibt es ja keinen shop mehr hier oben nur einen shop auf der ganzen etage was ist denn für ein saftladen so bist du schon raus aus dem gebäude? sollen wir so eine mission machen hier? da gibt es ja auch belohnungen dafür warte mal die nächste wäre es gibt ja so einen auftrag dass wir einen jagen oder so dieses safe knacker machen wir diesen safe knacker äh der ist wir sind gleich schon da sowohl da hinten wir haben hochwertige ausrüstung in heimlichen depots entdeckt vergetan vergetan ja 3er west bei dir ja 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 geil ok danke danke sehr nice und bisschen kohle 5.000 5.000 5.000 so wir müssen jetzt zu den 3 stück sind da guck mal einer ist schon mal direkt neben uns hier 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 weil knast ja das gas weitet sich aus sicherheitszone verlegt so c4 platziert schnell weg jetzt haben wir noch zwei eins ist da 170 meter in die richtung hier ist noch ein trottet ich schätze sie verarbeitet ausrüstungslieferung ist unterwegs rote kiste was? einfach so nimm das ich hab auch eine selbstbelebung cool MP selbstbelebungskiste eine weste hat sich davor gelohnt der kleine ausflug komm lass weiter das gas breitet sich aus das gas beginnt sich zu trennen wachsam bleiben pass auf da links ist nur auf ok äh wir müssen irgendwie hoch begebt euch jetzt zur sicherheitszone alter voll die kohle hier ja ja aber wir müssen da zusammen einkaufen hier was ist denn das ding hoch? ähm wir müssen eine etage höher irgendwie hier ist ne treppe ja ich werde mich selber schicken der feind springt über dem gebiet ab auf den himmel achten da musst du hier sein ach da ist er schon ja da musst du hier sein ach da ist er schon in deckung in deckung ein safe noch und dann gibts voll die belohnung dann müssen wir wieder zurück ab alles geht ok im ja ich hier Ly ich riesig auch Das ist ein Scheidsturmgewehr. Das ist mein Problem. Das ist auch so ein Fünfer, ne? Ne, einer. Einer. Aber noch einiger. 160 Meter. Okay, hier sind wir richtig. Wir haben bisher so ein Team gesehen. Nicht ein Team, ne? Auch eins. Ja. Entdeckung. Sehr cool. Alle Saves wurden gesichert. Plus noch 2000 Geld. Ja, guck mal wie viel Kohle wir haben! Wir können ja... Wir können ja zum Einkaufswagen gehen. Können wir unsere Sachen kaufen. Ey, ich muss hier hin kurz. Das... Was gibts denn hier? Hier muss ich... Hier nebenan. Munition aufbauen. Achso. Ja, das habe ich eben gesehen. Stimmt, da gab es ja so eine... 102. Da oben war das da genau. Hm. So. Ist gut. Ich sehe auch keinen. Ah, hier ist eine Heli. Der Heli ist auch immer hier. Willst du den Heli nehmen? Oh, was ist das? 3a. Ihr seid weit von der Sicherheitszone entfernt. Ihr seid weit von der Sicherheitszone entfernt. Ihr seid jetzt Straßen. Ja, aber die C-Zone... Ach, guck mal. Achso, da sind jetzt wieder drei Zonen, ne? Mhm. A, B und C-Zone. Okay. Dann lassen wir mal hier und dann. Ich kann ja noch so einen Auftrag machen. Ja, ich will nicht. Entweder safe oder so knacken. Äh, oder so jagen meine ich. Egal. Ganz was. Also der nächste wäre hier so ein safe. Markiere Auftrag. Okay, komm. Auf dem Weg können wir alles blündern. 3er Platten, ja. Das Gas nähert sich. Neue Sicherheitszone. Vorsicht, das Gas vereint sich. Bereit machen für Kontakt. Okay. Jetzt bewegen sich dann die Zonen, oder was? Keine Ahnung. Ja. Wieso ist die Markierung weg? Markiere Auftrag. Pfeifen und haben dann mit der Zahl von hier drin. Wir können die Zonen ausfragen. Ich weiß nicht, aber... Ich muss kurz vor, kurz vor, ne? Aber das ist ein Einkaufswagen kurz her. Ich weiß nicht… Ich weiß nicht auf den Auftrag. Ich muss weiter, weil das ist ein Einkaufswagen. Ich muss noch eine Waffe holen. Das ist ja in diesem Gebäude hier. Nee, ach so, ich bin hier hinten. Ich komm zu dir. Das Gas kommt leer. Das Gas vereint sich. Aber da müssen wir auch irgendwie hoch. Wir müssen weiter in die Zone kommen. Ich empfehle euch die Sicherheitszone aufzusuchen. Wir müssen weiter, ne? Okay, dann lass uns mal in die Richtung Zone. Was das nun da toll ist. 60 Schuss. 60 Schuss. 40 Schuss. Komm. Jetzt aber. Ach, wir müssen zu der Zone, ne? Ah, okay, okay. Jetzt aufpassen. Was ist das, ein altes Stadion hier? Ist das das Stadion vom ersten Teil? Ich höre da ein Auto irgendwo. Die fahren hier. Direkt neben uns. Ja cool, hab ich gar nicht gesehen das Stadion. Du bist dann direkt wieder auf der, auf der Westribüne. Mhm. Okay. Cool, auch die Netze, wie die da gemacht haben. Das ist bestimmt was tolles hier, ne? Das ist ja wie so eine Militärbasis. Alter, so viel Geld habe ich noch nie gehabt. Du willst mir was kaufen müssen. Das ist bestimmt... Der Kula. Der Kula wird geschlossen. Der Kula wird geschlossen. Oh. Tja, wir müssen da hoch, ne? Den Berg hinauf. Die Zone kommt. Komm. Ja. Komm, weg hier. Wir kommen jetzt hier hoch, oder? Ah! Sch! Ach. Ich weiß, da gibt's ja keine Auto oder so, oder? Ah. Komm hier zu sehen. Ja, jetzt sind wir doch schon in der Zone. Alter wie das aussieht voll verstrahlt Die Zone kommt Oh, da schießen die auf mich Nein, ich bin schon getroffen, das gibt es doch ja nicht alles Wie denn? Achso, alles klar, habe ich, habe ich Alles klar, danke Die schießen wieder, nein, was ist das denn? Hinter mir, direkt hinter mir Mann, ey, wir waren uns auch so gut, ey, wir waren auch so gut Jetzt Geh Danke für den Wanne, wir sind zurück Wir werden hier ein Bekommen Ich bin zu erzeugen Ich bin zu erzeugen